UNTERTITELUNG 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 Signora! Ja? Ah! Wissen Sie, wer ich bin, Frau Anwältin? Manitas del Monte, Kopf eines Kartells, das mit synthetischen Drogen handelt. Wie kann ich Ihnen helfen, Senor del Monte? Ich will eine Frau sein. Ich weiß, dass ich dafür vieles hinter mir lassen muss. Ist sicher, Manitas del Monte. Das ist meine einzige Hoffnung auf ein eigenes Leben. Wissen Sie, Frau Anwältin? Guten Abend. Wir kennen uns, Frau Anwältin. Bist du das? Manitas? Manitas ist tot. Ich bin Emilia Perez. Was machst du hier? Ich brauche deine Hilfe. Bring meine Kinder zurück zu mir nach Mexiko. Ich kann ohne sie nicht leben. Und du kennst diese Emilia Perez. Das wäre sehr gefährlich für dich. Ich bereue so vieles. Ich will es wieder gut machen. Zum ersten Mal habe ich mich selbst geliebt. Sag mal, denkst du nicht manchmal an all das, was Manitas getan hat? Ich weiß nicht mehr, wer Manitas ist. Nein, ich habe deine Stimme nicht erkannt. Nur meine Stimme?